Hallo und herzlich Willkommen zu Manuel am Abend der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet seid. Und jetzt geht's los. Hallo, herzlich Willkommen zu Manuel am Abend der neuen Folge. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich drehe mich mal. Seht ihr, dass es ein bisschen leicht bewölkt ist. Gehen wir mal rein. Das versteht ihr mich nicht, weil heute auch zufälligerweise es ein bisschen windig ist. Na, mein Abend, Freunde. So ist das manchmal. Oh ja. So ist das und so wird das sein. Ja, ich setze mich jetzt da hin. Warum? Ich wollte noch ein bisschen in die Glotze schauen. Und dann mal schauen. Oh ja. Ich bin nämlich heute auch ein bisschen müde. Ich schlafe jetzt. Bevor ich hier ganz eins schlafe, muss ich sagen, ich bin ein bisschen müde. Ich muss mich immer wieder wach machen. Aber wenn ich gleich noch ein bisschen in die Glotze schauen will, was muss man dann machen? Wach werden. Aber irgendwie schaffe ich das nicht, wach zu werden, Freunde. Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen schlafen. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder hier zu machen am Abend. Also macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020